Kilian Jornet. Der Spanier, der heute in Norwegen lebt und auf der ganzen Welt sein Zuhause hat. Er hat unglaubliche Dinge geschafft, ist wohl einer der schnellsten Bergsteiger der Welt und trotzdem hat er große und einflussreiche Kritiker. Wie kommt's dazu? Darum geht's heute bei Legenden im Porträt, Kilian Jornet. Kilian Jornet wurde am 27. Oktober 1987 in Spanien, in Sabadell, in der Nähe von Barcelona, geboren. Dort wuchs er definitiv sportlich auf, denn bereits mit anderthalb Jahren, also um das klarzumachen, nach etwa 75 Wochen, stand er bereits auf Ski und machte erste Wanderungen. Was von Anfang an vielleicht nicht klar war, aber definitiv sein Leben gestalten sollte, waren die Bergtouren, die er bereits in frühester Kindheit gemacht hat. Mit drei Jahren stand er auf dem Aneto, dem höchsten Berg der Pyrenäen, und mit vier Jahren auf dem Breithorn, seinem ersten Viertausender. Geprägt von vielen weiteren Bergtouren startete er 1999 mit zwölf Jahren das Skibergsteigen und hat sich da schnell zum Profisportler gemacht. In seiner Jugend zeigte er bereits Ambitionen, nicht nur ein Skibergsteiger und Bergläufer zu werden, sondern vor allem der Beste seiner Art zu werden. Und so ging es in den Jugend- und in den jungen Erwachsenenjahren nur in eine Richtung, aufwärts. Doch wie er selbst nach vielen Erfolgen und nachdem er alles gewann, was man gewinnen konnte, sagte, das gibt mir nichts, es schadet mir mehr als alles andere. Der Wettkampfsport war der Aufstieg für Kilian Jarnett, aber gleichzeitig an der Spitze des Erfolgs auch der Niedergang. Kilian hat sich zu sehr unter Druck gebracht, wurde zum Mythos und Vorbild hochstilisiert und konnte damit nicht umgehen. Selbst sagte er in einer Videoaufnahme einmal, Es ist hart für mich, mich selbst als Vorbild zu sehen oder als Mythos für jemanden. Nur weil ich schnell laufen kann? Ich könnte ein Arschloch sein oder einer, der seine Freundin schlägt. Ich könnte ein Nazi sein oder ein Mörder. Ich könnte sonst was sein. Die Leute wissen ja gar nichts von mir. So hatte Kilian Jarnett auch seine Tiefpunkte und zeigt trotzdem auch, wie menschlich und nahbar er als Mensch auch in dieser Zeit gewesen ist. So kam es zu seinem ersten eigenen großen Projekt Summits of My Life, bei dem er versucht hat, ohne Hilfe und relativ leicht auf diverse höchste Gipfel der Welt zu steigen. Mont Blanc, Denali, Aconcargua und viele mehr standen auf dieser Liste. Und auch ein Berg, der ihn schon als Kind faszinierte, sollte ein Teil dieses Projekts werden. Der Mount Everest. Der höchste Berg der Erde war Teil des Summits of My Life Projects und sollte seine größte Geschichte bisher werden. Er wollte nicht einfach nur den Mount Everest besteigen. Nein, er wollte den Mount Everest als schnellster Mensch der Welt ohne Sauerstoff und ohne Expedition besteigen. Zuvor hatte er es sich mit seiner Freundin darauf vorbereitet, indem er den Cho-Oyu besteigen wollte. Ob es ihm gelang, konnte er aber zu dem Zeitpunkt selbst nicht sagen, da er oben am flachen Gipfelaufbau so schlechte Sicht hatte, dass er es nur vermuten konnte. Doch zurück zu Mount Everest. Der erste Versuch scheiterte aufgrund der Tatsache, dass er seinem Zeitplan etwas hinterherhinkte. Doch der zweite Versuch, entgegen aller Vermutungen, gelang. Am 21. Mai 2017 erreichte er mitten in der Nacht den Gipfel. In den Aufnahmen vom Gipfel erscheint er ständig erschöpft und fertig. Doch sechs Tage später war Kilian, ohne Ankündigung, verschwunden. Er war wieder am Weg zum Everest-Gipfel. Er wollte den Gipfel nochmal in Angriff nehmen. Diesmal noch besser, noch schneller und ohne die Magenprobleme, die ihn beim ersten Anlauf so gequält haben. Und auch diesmal hat er es mitten in der Nacht geschafft. Beim Abstieg jedoch entschied sich Kilian unbewusst und ohne es selbst wirklich zu wollen, für einen anderen Abstiegsweg, der eigentlich seinen Tod hätte bedeuten müssen. Eigentlich deshalb, weil Kilian Johnnett eben kein durchschnittlicher Bergsteiger ist. Er begab sich in die Nordwand des Everests, die Messnerquerung. Diese Route im Abstieg sollte eigentlich sein sicherer Tod sein. Jedoch bewies er, dass die Frage des Möglichen nur eine Frage des Kopfes ist. Und Kilian Johnnett wohl letztlich der Meister der Dinge ist, die von außen als unmöglich erscheinen, aber doch nah, greifbar und letztlich möglich sind. Und während seinem Weg zum Mount Everest begleiteten ihn immer wieder Menschen in seinem Leben, die auch im Nachhinein von ihm, von seinem Charakter, seinem Humor und seinem Ehrgeiz nur schwärmen. Trotzdem gab es auch Kritiker, die ihn vielleicht nicht persönlich kannten, aber zumindest seine Art des Bergsteigens und seine Ideen und Projekte kritisierten. Diese Kritiker, darunter vor allem sehr puristische Bergsteiger, bringen oft an, dass er sich nicht als Alpinist bezeichnen kann, wo er doch die meisten Rekorde an den einfachsten Aufstiegen gemacht hat. Außerdem wird oft kritisiert, dass es ihm nur um Zeit und Rekorde geht. Er macht sich damit zum Sponsorenopfer und bleibt immer angepasst und abwaschbar, um für Geldgeber und Firmen interessant als Werbefigur zu sein und zu bleiben. Im Gegensatz zu vielen ehemaligen Bergsteigern äußert er sich selten kritisch über Besteigungsstile, über den Alpinismus per se oder das Bergsteigen. Doch man könnte auch sagen, dass Kilian vor allem einfach seine eigenen Projekte und Ideen im Kopf hat und ausreichend damit beschäftigt ist und letztlich wahrscheinlich keine Zeit und kein Interesse an den Projekten und Arbeitsformen der anderen hat. Kilian Jeanette. Viele kennen ihn nur als den Bergläufer und Skibergsteiger, den Profisportler, den Leistungssportler. Andere kennen ihn wieder nur als den Mann, der den Mount Everest Solo ohne Sauerstoff im Alpinestil in Rekordzeit bestiegen hat. Und genau das zeigt, dass er ein Mensch mit unendlichen Facetten, Fähigkeiten und Ideen ist. Wir wünschen Kilian Jeanette noch ein wunderbares Leben, möge er gesund und fit in seinem jungen Leben noch viele verrückte Abenteuer und Meilensteine erreichen, egal ob mit Zeitmessung oder ohne.